Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online und wir fahren heute Mario Kart zusammen mit ein paar weiteren Leuten und er hat auch schon Go gesagt, warum partiert er nicht? Ja geil, also. Ja, wir fahren Mario Kart hier. Ich bin ganz erster. Ich bin Luigi, Mr. Wayne ist Mario. Moin. Jupp Trash wollte, glaube ich, Donkey Kong sagen, das ist richtig krass. Oh scheiße. Scheiße, nein. Nein! Die, 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 die... Fuck, lieber uns, kommt Cap, eh, Dings Missile. Der U-Bug-Missile. Alter, ich habe nichts. Nein. Alter, was macht ihr denn davon? Achtung, die Rakete würde uns, glaube ich, gra... Oh, Fuck, Fox, hab ich den gemacht. Nein, ich nehme den langen Strecke. Hallo, keine Abkürzung, hallo. Hey, er kürzt ab. Dieser kleine Strecke hilft einmal um den ganzen Flughafen rum. Genau. Komm, Logos, was machst du denn? Wo passt du dich los? Ich war mir lags gerade. Okay, wir sind in der zweiten Runde von drei. Ähm, ich habe weggespringt. Ist der X, ah ja. Der eine ist raus, er wurde eliminiert. Okay, Leute, es ist nicht so spektakulär, wie ihr dachtet wahrscheinlich. Aber es ist einfach gerade nur stupfes Rennen. Ach so, also uns macht sich Bock gerade, also. Ach ja, ich muss einfach eine gute Mario Kart machen. Ich habe keine. Wenn ich euch vielleicht rumhänge, mein Internet ist gerade ein bisschen laggy. Oh, Ausrede. Oh, ich werde eingeholt, glaube ich. Oh, Rande kommt gerade echt ein Auspuffer. Nein, er holt mich hier ein. Das mit Kopf an Kopf, er wird mal schneller. Ja, ich überhole mich. Ich habe bestimmt nicht mehr, weil er mich raus. Stimmt, man muss versuchen, mit diesen Raketen auszubehalten. Das ist ja wirklich ne geile Idee. Was meinst du denn für eine Rakete? Äh, der eine tut grad jetzt vom U-Rot aus ganz schnell die Lenk-Raketen ballern. Ja, nex, das passt gut, ne. Äh, er betrübt. Ja, ich würd's. Ja, komm, 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 komm! Ich halt, man darf andere weg, ram, ram. Ja, darfst du, darfst du, ja. Das ist geil. Kannst doch extra langsamer werden. Okay, er fährt extra langsam. Er fährt extra langsam für mich gerade, weil ich, äh, immer schneller wäre. Oh nein, die Rakete kommt immer näher auf euch zu. Okay, Cloud-Rise, warte, ich, äh, ich, warte, das ist doch die letzte Runde schon, ne? Ja, das ist die letzte Runde. Ohhhh. Noch eine? Achso, okay, komm. Also ich hab ihn verloren, also, naja. Wo bist du denn? Oh, scheiße, mein Motor brennt. Mein Motor brennt, weil ich die ganze Zeit fahre. Hä, geht das? Ich fahr halt einfach weiter, komm, komm, weiter. Du schaffst das noch, du schaffst das noch. Mein Motor brennt, weil er zu heiß ist. Er hat's nicht mehr geschafft. Bist du brennt, Deiner, weil er brennt nicht. Ja, weil ich zugeschlagen, weil mein Motor überhitzt ist. Hä, wie geht das denn? Ich hätte die ganze Zeit nicht gedrückt. Okay, meine letzte Runde. Ja, das kommt bestimmt bei dir noch, aber das Problem ist, dass ich wirklich ganze Gas gehen habe. Oder irgendwas hat mich grad getroffen. Die Polizei. Die Polizei. Die Polizei. Oh, ich hab gewonnen und wurde aus der Sitzung geworfen. cool naja ok wir sehen uns gleich weiter wieder zu einer zweiten revanche so da sind wir wieder nach dem kurzen böden timeout ja ich bin gerade wieder beim uboot gespawnt was ich natürlich schon gekauft habt ihr heißt habe ich auch schon abgeschlossen habe ich leider nur nicht aufgenommen naja dann lass uns mal ganz kurz wieder zum platz fliegen ich habe übrigens mittlerweile 53 millionen deswegen kam so lange keine videos mehr genau in dem Moment wo mein uboot gespawnt weißt du ich bin grad der helikopter eingestiegen nein oh ich bin fast mit mein ding ausgabe ich bin aber perfekt gespawnt wo ist brain wo bist du vom radar verschwunden was und bist du vom radar verschwunden weiß ich auch nicht und einmal gut die einstellungs überlastet worden e würde wie sie das gleich wieder ich muss noch kurzes umstehen ok leute da sind wir wieder ich hab mal ganz kurz die einstimmte in das ist nicht so hart umlegt dafür könnte darunter könnte hat die qualität leiden das ist das andere problem also die die auflösung so ich ruf mal ganz kurz mein gokart wieder her fünf minuten schreibt mal kurz dass sie sich bitte alle schrägten ins auto jetzt rein nein ich hab mich jetzt wieder mein gokart ein paar Jahre nicht zu erinnern ich bin ja eine Kugel in den Kopf mit einer richtigen Kugel in den Kopf wenn du das machst du musst du raus aus dem Bad Brot stattdessen und auch sprüche ich dir ich bin schon draußen sie haben ja jetzt machen es einfach ich weiß nicht wie man so sein kann ja ihr merkt es kann eine sehr schöne Stimmung mit alles an der polizei die hier in m ich bin ein Stern und und die 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 so ist es und das ist okay so bleibt in der Rest Mr. X Waaaiiii Mein Glowkarton bestellt Start Oh ja und die Kutierentstellung denken sich so Nö Ach Leute ich muss noch mal kurzes Video pausieren So Nach einer ewig lang Zeit stehen wir nun endlich wieder hier Okay Zählt einer runter? Äh ich würd sagen äh Nö mach du einfach 3,2,1 go Ach dieser Vollidiot okay 3,2 So wir fahren los Und ich hab sie alle hinter mich gelassen Oh wie schön Mach einfach jetzt deine Aufnahme an das geht Sie ist doch schon an Du Hallo Nein ich Lass das ja auch nicht Oh Gott ein wirf Okay Trendgast ist erlaubt weil die explodieren nicht Ja stimmt die explodieren nicht Oha aber ganz schön über Kurzer Ich muss sie einholen Drei Runden sind es Okay Also wenn ich das noch so weitermache fängt mein Motor auch noch mal immer an zu brennen Ja warum was machst du denn ganze Zeit Noch eine Rakete noch eine Rakete Och du Kacke Okay die Urteile sind wieder unterwegs Bin ich schon eh ich bin erster ne Ja Ja bist du Ja Ein tolles Gefühl Und wie fühlen sie sich erster zu sein Bis weiter Und was besonderes Oh New Trash Ha ich hab New Trash überholt Ich bin kein letzter Ich bin dritter Ich bin dritter Also Kram ist auch erlaubt ne Und eben wo ich eben mein Auto repariert hab Hab ich natürlich schnell noch meine äh Gorkart äh aufgerüstet oder ja keine Ahnung Ich weiß Oh die Kutieeinstellung denkt sich schon wieder ne Also das ist ja nur Du bist äh innen gefahren nicht außen Du bist äh innen gefahren nicht außen Ja das ist mein Auto Ich hab das Video gesagt wiederum denkt Das ist ja eben GTA Ach Gott äh Rakete 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 Entschuldigung Na ich weiß dass sie schon wieder da sind Ich kann sie erst nicht aufhalten Und sie wird gleich hier ist Ja ja du kannst doch Ja ja du kannst ja Ja du kannst die Rakete hoch Sind nicht da hin nur wehls Pass auf Das ist wieder Das ist wie der blaue Panzer Das ist Krieger Ist Krieger nicht bei Dings gewesen Ja aber ja Ich bin immer noch letzter Ey Ich geh den jetzt töten Ist mir egal Ja guck mal die einfach mal darum Das war der blaue Panzer Er kann immer noch Abstand von einer Minute feuern, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, bis die nächste einschlägt. Oh, ich bin immer noch zu da. Oh, nächste Rakete, nächste Rakete, nächste Rakete. Wo ist er? Ist er hinter mir? Ist er über mir? Ja, komm, Mötge, mal lass uns einfach diese drücken. Nein, er hat mich erwischt. Okay, dann sind wir auch ich und Luke Trash hier. Okay, ihr beide, ich bin schon raus. Ihr beide habt nur noch... Die letzte Runde ist das jetzt hier, ne? Und ihr schmeißt mit Granaten, scheiße. Wo ist er denn überhaupt? Okay, Leute, ich merke gerade, das Spiel lag, tut nicht die Aufnahme aufzulösen. Wo seid ihr denn? Wo fahrt ihr da hinten? Okay, wenn mein Motor jetzt gleich anfängt zu brennen, dann ist das scheiße. Weil ich drückte die ganze Zeit weh und das... Das hatte ich ja schon mal gehabt, dass es deswegen gebrennt hat. Ich versuche, nicht zu snipen. Nein! Okay, ich bin aus. Hey, Luke Trash hat gewonnen. Luke wins. Du kannst mich. Oh, Alter, ich merke es... Oh, Gott, was ist denn hier los, ey? In der Nähe vom Hangar. Oh, in der Nähe vom Hangar. Nur Tränen, Gas. Ja, wollen wir doch ein Rennen, oder? Ja, sofort, ne? Ich würde sagen, ich rat noch mal rein, äh, Next Ways. Aber erst in der nächsten Folge, denn das war's dann auch schon von diesem Video hier. Ein kleines Mario Kart Video mit Raketen, die uns das ganze Zeit auslösen wollten. Und Mr. Brain. Ja. Ich würde sagen, macht's gut. Und ciao, Leute. Ja, du Red Gamer. Ich würde sagen, 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 ich